So, neues Spiel haben wir hier für uns entdeckt, sagen wir mal so rum. Ja, wir haben uns schon, also es geht hier um das Spiel aus. Dings, bums, genau. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also, Häuser mit ganz viel Müll. Wir haben unser erstes Büro angemietet, sprich, das bekommt man, wenn man ein neues Spiel eröffnet. Dieses haben wir jetzt getan. Und dieses Büro müssen wir jetzt erstmal aufräumen und den ganzen Müll entsorgen. So, dann werden wir da einmal mit anfangen. So, Zeit zum Laptop zu gehen und die Mail zu prüfen. Ach du Scheiße. Hätten hier vorher gewohnt. Lesen können wir hier nicht, können wir alles entsorgen. So, mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus. Aber es schaut so aus, als ob dein Postfach der erste Auftrag wartet. Dann wollen wir mal. Wir haben eine E-Mail von einer Frau Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Ich möchte gerne, dass sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Face Spam sah ich, dass mein Ex meine Wohnung eingebrochen ist. Und aus Rache diese Rache verwüstet hat. Der Asche hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Entschuldigung, bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie eine Heizung sowie alles andere. Informieren Sie mich, informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Okay, also scheint nicht gut zu laufen mit der guten Frau. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du direkt mit dem Mob reinigen. Okay, Auftrag, die Rache der Ex. Ach, du grüne Neuner. Hier sieht es ja genauso Katastrophe aus. Wie bei mir gerade. Wer wundert euch gerade mit mich, wenn es weitergeht, ist es gut gerade ein bisschen heißer, meine Finger. So. Ach, du grüne Neuner. Okay, Küche können wir wohl stehen lassen. Ein paar Dosen. Ein paar Dosen. Ab sofort steht Ihnen ein Tablet zur Verfügung. Drücken Sie, um es herauszunehmen und einstecken. Das ist ja möglich, Dinge zu kaufen. Das wird Ihnen diesen Job nützlich. Ja, 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 ja. Das ist mein Tablet. Genau. Und hier sollen wir jetzt erstmal eine Heizung kaufen. Das heißt, Heizung-Anschlüsse. Diese kaufen wir jetzt und montieren diese auch gleich, weil ansonsten läuft Wasser raus. Einfach drauf klicken. Fertig. Das wäre das Erste. Jetzt müssen wir das der Erste Raum. Hier ist unsere Heizung dran. Ach, du grüne Neuner. Schnell wieder hier raus. Ah, und hier ist der Ausgang. Das heißt, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Klarschiff. Dann. Das ist gut. Nein, wir möchten den Auftrag beenden. So. Da liegt ja noch mehr. Du entwickelst dich, ne, dein Tablet und bestimmt, wofür du erworbene Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Okay, das heißt, scharfsinniger Blick, machen wir mal hier gleich das hier. Dann haben wir den Tisch auch sauber. Dann können wir gleich mal ein bisschen durchlüften hier den Puff. Dann können wir gleich mal ein bisschen durchlüften hier den Puff. Dann haben wir das schon mal ein bisschen. Hä? Ich schließe mal die Tür. Okay, also beten will ich jetzt ungerne. Ah, wir stellen es mal vernünftig hin. So. Jetzt zeichnen wir hier noch irgendetwas an. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Normalerweise. Normalerweise. Auch hier ein wenig durchlüften. Das haben wir fertig. Ich bin jetzt natürlich immer überlegen, also wie das hier aussieht. Ich wollte ja eigentlich ein neues Badezimmer einrichten. Aber alle Aufgaben sind beendet. Das heißt, wir drücken jetzt mal Enter. 100% des Auftrags ist erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 600 abschließen. Möchtest du wirklich das Ende? Ja klar, Auftrag ist er zu Ende. Ja, das war unser erster Auftrag. Somit sind wir wieder zurück in unserem Büro. Und ja, wie das jetzt hier aussieht, müssen wir jetzt erst mal unser Büro hier sauber machen. Die ist ja eklig. Okay, also, ich glaube, wir können den ganzen Schrott gar nicht verkaufen. Okay, das heißt, wir sind hier noch nicht so weit. Das heißt, wir sind hier noch nicht so weit. Okay, und eine Heizung könnten wir... Also, das Problem ist, wir können hier noch nichts abmachen. Oh, haben wir ja gar keine Heizung. Ah, doch, hier. Heizung. Heizklappas. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schnelles Händchen aufräumen, 25% schneller Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann haben wir hier noch Müll, das reicht, so, wir haben Fenster noch zu reinigen. Das Teil hört sich lustig an. So, können wir das gleich lüften, das ist gut, wie viel haben wir denn? Wir haben noch eins. Reinige den Boden putzen. Nein, ich will den Auftrag komplett fertig machen. Ja, dann haben wir unseren zweiten Auftrag erledigt. 54% sind wir schon mal. Das geht weit schnell. Okay, irgendwas müssen wir vergessen haben. Weil wir haben nämlich noch 85%. Das ist gut. 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 Das ist gut, das sind wir uns mal beantworten, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben einen sacrificieren. erledigt du kannst den auftrag zu 397 70 abschließen natürlich möchten wir das sagt das war die erste folge haus flipper oder wie diese unkraut jetzt heißt somit wünsche ich euch viel spaß beim anschauen gerne ein like und einen daumen da lassen und kommentare sind natürlich auch gerne